Seid gegrüßt. Ich bin heute immer noch an Harz unterwegs. Schon den dritten Tag. Heute soll es mal zu diesem Josef Kreuz gehen. Das ist zwar geschlossen, aber was soll es. Ja, ich gehe jetzt hier so Erlebnispfadweg. Und da stehen immer mal so ein paar Schilder hier. Da kann man sich ein bisschen was durchlesen. Also das haben sie wirklich gut gemacht hier. Ja, das ist eine echt gute Anlage. Ist gut angelegt hier. Gibt es eine ganze Menge zum angucken. Ja, da kann man sich ein bisschen sportlich agieren hier. Ich weiß auch nicht, ob das mein Gewicht hält oder dass es dafür ausgelegt ist. Es sah ein bisschen klapprig aus. Das übrigens war jetzt auch der Nachhaltigkeitswürfel. Und jetzt geht es noch weiter zum Tierweitsprung. Es ist aber auch echt schade, dass man hier in dem kleinen Gebiet hier auch alle Bäume fällen musste. Sieht echt kahl aus. Sieht nicht mehr schön aus. Und ich denke mal, das hier sieht aus wie der Tierweitsprung. Okay, sollen das jetzt Tiere machen oder soll ich das auch als Tier machen? Aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Das lasse ich jetzt mal aus. Ja, Klingzüge habe ich noch nie gerne gemacht. Da habe ich ein bisschen Problem. Mein Arm macht da immer nicht mit. Hier musste wohl ein Sportplatz errichtet werden und da ist das hier dann wahrscheinlich weggefallen. Eigentlich wollte ich jetzt den Weg hier hinter gehen, aber das scheint irgendwie Baustelle zu sein. Aber ich werde jetzt den hier gehen. Das ist nur ein bisschen ein kleiner Umweg. Müsste ich aber auch hinkommen. Das hier scheint übrigens auch ein Hochseilgarten gewesen zu sein. Aber der ist irgendwie abgebaut. Habe ich doch recht gehabt. Hier geht es auch hoch. Und was haben wir da? Kleine Aussichtsplattform. Was kann man denn da sehen? Naja, was sonst? Der Brocken soll ja gesehen werden. Ach ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das komische Teil hier sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Dunst hier ist. Der ist heute so schlecht zu sehen, dass man den auf der Kamera nicht mal richtig sehen kann. Aber ich mache mal ein Spezialfoto. Da kriege ich das wahrscheinlich hin. Hier haben wir dann mal noch eine Bahn. Aber der ist ein bisschen höher. Und hier haben sie dann den Weg gesperrt. Sinnlos. Na dann muss ich halt einen kleinen Umweg nehmen. Hier an den Schild scheint es jetzt auch hoch zu gehen. So, den Berg hier bin ich jetzt hochgelaufen. Und dann geht es hier noch ein kleines Stückchen weiter nach oben. Aber ich bin gleich oben. Aber ich scheine nicht der Einzige hier oben zu sein. Ich höre schon wieder Stimmen. Denn Kinder können immer laut schreien. Und hier ist es wieder mal. Sing mit! Und da ist es auch schon dieses Josef Kreuz. Könnte man ja fast mit dem Eiffelturm verwechseln. Und da ist es irgendeineind Gummi! Und da ist eine Menge Herndung. Et wer sehen. Aber es in hoca gibt es dann 나오면.. Genau, ich bin meine하 productive. Ich meine, immer orient und whoatausge jacket. Ich bin zweifel. terme gilt, Lymea und Kom Pitwp tapete mögen die Anzeigung. Na ja, wie gesagt, hochgehen kann man ja nicht, ist natürlich geschlossen, was auch sonst. Da ich ja gestern mein Mikrofon verloren habe, habe ich mir natürlich auch was einfallen lassen. Ich habe ein kleines Update an meiner Kamera gemacht. Ich zeige euch das mal. Sieht doch echt cool aus, oder? Ja, ich bin dann auch schon wieder unterwegs. Das habe ich mir jetzt alles da so angeschaut. Jetzt geht es hier den sogenannten Turmstieg oder so, wie sich das nennt, wieder hier nach unten. Dieser Turmstieg, den ich jetzt hier runter bin, der ist gar nicht so schlecht hier. Das ist so ein bisschen ein kurbelassener Weg. Ein kleines bisschen am Anfang war er noch steil. Also das war da ziemlich am Berg noch. Aber jetzt geht er eigentlich ziemlich gut hier. So, hier unten muss ich dann links rum. Und dann geht es zu meinem nächsten Ziel. Hoffentlich komme ich jetzt hier drüber, denn ich habe jetzt nicht das Schulwerk für so ein Bach hier eigentlich an. Das ist eigentlich scheiße hier. Das ist eine solche Matschpampe. Aber hier komme ich nicht drüber. Versuche ich jetzt mal ein bisschen hier das dickig zu kriegen. Und ich versuche es ein Stückchen höher. Vielleicht ist da noch eine schmale Stelle. Aber wenn ich da auf dieses Gras trete, wird es schon gehen. Jetzt lassen die auf die Fresse fliegen hier. Mal ein bisschen am Baum ziehen. So, Schuhe nicht eingesaut. Also ich weiß zwar nicht was das wieder von der Karte hier ist, die ich hier habe. Aber irgendwie muss ich jetzt rechts rum. Wenn ich Glück habe, ist das hier vorne ein Weg. Ich denke mal schon, dass ich jetzt mal Glück gehabt habe. Ich habe wieder einen Weg gefunden. Wie toll. Wo bin ich jetzt eigentlich hier wieder gelandet? Eigentlich eine schöne Ecke hier. Schön in Natur. Ja, ein kleiner mysteriöser Weg hier. Aber ausgeschüttet ist er. Ich habe jetzt erstmal diese Asphaltstraße hier überquert. Und jetzt geht es hier auf der anderen Seite weiter zu meinem anderen Ziel. Und zwar ist das der Frankenteich. Aber es ist nur so ein kleiner See, wo ich mal drum herumlaufen will. Und dann geht es auch wieder zurück. Ja, nach ewig lang durch den Wald laufen. Ewig lange, breite Forststraßen waren das jetzt. Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Habe ich jetzt endlich dieses Gewässer hier erreicht. So, da kann ich es mir mal anschauen und mal drum herumlaufen. Ja, das ist natürlich auch hier ein künstliches Teil. Das ist ja auch so eine Art Talsperre hier. Und das ist jetzt hier die Staumauer. So, noch mal. So, das ist jetzt ebenso. So, ja. Das ist zwar nicht der offizielle Weg hier, aber ich fand den jetzt schön hier lang zu gehen. Ich finde es gut, dass man hier so nah am Wasser lang gehen kann. Ich denke mal, das ist wegenweil, weil du hier auch angeln darfst. Da kann man so dicht rangehen. Hier gibt es natürlich auch einen Weg, der ganz normal ist. Also man muss jetzt nicht da unten am Wasser lang gehen. Ich bin jetzt mal hier hochgegangen, um ein bisschen schneller zu gehen, weil unten läufst du ja sehr langsam. Auf der anderen Seite muss dann noch ein Wanderweg kommen. Das ist dann nicht so ein Straßenweg wie dieser hier. Und da wird es wahrscheinlich noch mal interessant werden. Jetzt bin ich auch schon wieder an den anderen Ende angekommen, da wo das Wasser in den See rein fließt. Ich habe jetzt hier noch so eine kleine Hütte gefunden. Das werde ich jetzt noch mal ausnutzen, um noch mal was zu trinken. Ja, nach dieser kleinen Pause geht es jetzt auch weiter. So, drei Kilometer sind es noch. Naja, da brauche ich keine Stunde mehr dafür. Ich bin jetzt hier wunderschön im Wald wieder drin. Aber irgendwie war der Abzweig so gemacht, dass davor ein Häufchen Holz lag. Ich glaube, dass man ja nicht hier rein geht. Ich müsste jetzt gleich vorne wieder am See sein. Mal schauen. Ich sehe ihn schon durchschimmern. Hier scheint noch irgendwas noch nicht fertig gewesen zu sein. Dann haben sie einfach den Baum hier hingeschossen. Ob das mit Absicht hier ist. Ja. 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 Da stand mir doch fast das Wasser bis zu den Füßen. Ich muss jetzt diese Wiese überqueren. Da habe ich es dann wieder mal geschafft, die Wiese überquert. Und dann geht es ja gleich weiter ein Stückchen im Wald. Ja, dieser Waldweg ist auch schon wieder das letzte von meiner Tour. Ich hoffe, meine Tour hat euch gefallen. Dann macht es gut. Bis zur nächsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.